Also Leute, ich bin gerade bei einem Freund, ne? Heute geht's weiter. Wir sehen uns gleich in der Stadt, ne? Sagen wir noch einmal, hallo Maxim. Hallo. Hallo. Da püsst dich jetzt in, ne? Ah! Hey! Na ja, bis gleich, bis gleich Leute. Also ihr habt die Aufgabe jetzt, von dem wir was zu verteilen, sagen wir so. Es gibt 4 Sachen. Welche Sachen gibt's? Es gibt ähm, Kiss, Marry, Kill und Friendzone. Friendzone, Kiss, Marry, Kill und Friendzone. Genau. Und danach, ich demonstriere es euch mal. Und dann geht sie nach vorne und ihr tippt genau auf den drauf, guck mal, okay? Wir tippen heute drauf, okay? Also wie, ich tippe drauf und sag zu euch die Sachen und dann tippe ich nach oben die ganze Zeit. Du bist hässlich, Kill. Why you bullying me? Also, dich würde ich killen? Ich seh nicht, okay, warte, nicht hässlich, aber Kill. Wir wollen ja nicht so fies sein. Zum Beispiel, zum Beispiel jetzt hier, Marry, ich unterstütze dich. Friendzone. Genau so ungefähr. Was ist dein Name? Ah, Mika. Mika. Und dein Name ist? Alexandra. Ähm, dich würde ich friendzonen. Dich würde ich heiraten und dich küssen. Warte, kiss, marry, kill, friendzone. Genau. Hm. Du hast schöne Augen. Das ist halt das Schöne, weißt du? wie wenn du dich bist? Sagen wir mal, ähm... ...Mary? Mary. Mary. Okay. Dann. Kill. Nein. Scheiße. Und jetzt sagen? Von der Dachkiss. Das war so klar, die Gast. Immer. Ach so, alle vier. Mary Kay Fenton. Mary? Ja! Okay, ich erklär euch die Regeln. Wie gesagt, das heißt, Kiss, Marry, Kill and Friendzone. Also ihr geht erst mal vor zu dem... Also mit dem Mikrofon in der Hand. Geht ihr vor? Hey, ihr müsst das Mikrofon in der Hand haben. Sonst ist das nicht lustig. Auf jeden Fall, ihr geht dann vor, ihr tippt auf ihn drauf und sagt zum Beispiel, hey, dem will ich heiraten. Also Mary halt. Genau. Süßer. Ja. Und dann. Und dann. French ones? I heard... Ja. Scheiße. Hey, ich unterstütze ihn. Okay, warte. Kill. Wie ist der Job eigentlich so? Der Job ist super, ich habe immer mit hübschen Jungs zu tun. Sorry. Kill. Ein Bro. Ein Bro. Wir gewinnen dieses Match. Okay, okay, ja. Ein Küssender und Ein Heirat. Achso, wenn er auch noch ist, dann ihn heiraten. Mich heiraten? Nee, 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 den anderen. Dann ihn heiraten. Dich dann nicht. Also, töte, heiraten und heiraten. Er frete so. Okay, ja. Aber du kannst doch mal ein Lack in die Kamera. Ja, dich nicht. Okay. Ähm. Frenzern? What? Kiss! Wow. Kennt ihr noch vom letzten Video? Nämlich ist es die? Melly. Melly, genau. Okay, also, dich mit dem Schwarzen will ich leider töten. Okay, also, ähm. Ich hab keine Ahnung. Okay, bei dir, Mary. Weil, okay, ich hab bis jetzt mit dir einfach am meisten gesprochen. Ähm. Hab ich nicht. Nein, bei dir schliebt. Was? Okay, ähm, dann. Dann. Bei dir, Kill. Tut mir leid. Ähm. Ich hab noch Kiss und Friendzone. Okay, dann bei dir, Kiss und bei dir, Friendzone. Ja, mach mal. Ja, okay. Mh. Mh. Super verbleibt, aber Kill, das ist kleiner wie ich. Das ist nicht ernst gemeint, gell? Denkst du, du bist lustig? Mh. Kiss. Ähm. Kiss. Mary Kim When you try your best but you don't succeed Franson Do you have to tap on it? With a new act of thinking Are you talking about the Bible? Yes, yes Have fun! Bye! Bye! You have to be You have to be You have to be I would kill you I think Kiss 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 You have to be Friendzone And then Marry and Kiss You have to be Friends You have to be You have to be You have to marry And kiss So I would love you I would love you What should you do? We can't do anything I would love you 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 But now you have to think What have I not said What have I not said Tell me what is coming out of the comments What have I not said What have I not said Töten And Friendzone Okay And heiraten I haven't said Heiraten Ah Töten Kill Friendzone Okay Okay Kiss Marry Kill And Friendzone Rewe is I think 100m wide Warte I think Supreme drop I swear I swear I swear Wow No, this is coming on Instagram This is not a pen This is not a pen It's okay 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 Okay I greet Evie Yeah, just all my friends I greet Walli Okay Our friend Sarah Do you have only one friend together? No, we are the best friend Yeah Okay Good I greet Janet You greet me Also I greet Elisa I greet my friend Yeah Yeah Then I greet Evie Or so Hey Dizzy Gang Also Einer meiner Abonnenten Hat schon gewonnen Ich mach Kiss, Marry, Kill, Friendzone Kids Edition Der hier ist schon dabei Er hat die erste Auslosung gewonnen In dem Livestream Bleiben noch 3 Also kommentiert unten Abonniert mich auf YouTube Einfach die Zahl 7 Zahl 7 TPC Fusswort 6 Hashtag 7 okay Abonniert Das ich mehr Abos hab Als Elisa hab Als wer von den Kids und Sachen will Ne Einfach Hashtag 7 schreiben Ich such mir dann 3 aus Und die haben mit Also Abonniert Schau in die Kamera He is fucking I still see your shadows in my room Can't take back the love that I gave you It's to the point why I love and I hate you and I cannot change you so I must replace you So So So